Jo, herzlich willkommen zu diesem Video auf diesem Kanal wieder mal und ja, ich mag mal World at War mal wieder reinschmeißen, das, ja, meiner Meinung nach zuletzt ist das COD, ich werde wahrscheinlich nicht direkt jetzt hier Let's Play mäßig voll durchziehen, aber man kann es ja zumindest mal anfangen, ne? Oh. Oh, da sind wir dann noch schon im Menü. Eigentlich ist soweit alles aufgerissen hier. Wollte nur noch mal schauen. Direkt bei der habe ich hier gar nicht die Wahl, ne? Anscheinend. Ich meinte eigentlich, man konnte den zweiten Teil schon zwischen 10 und 9 umschalten. Habe ich mich eventuell geört? Weiß ich nicht. Aber gut. Ähm, ja, ich hab's mal kurz, ne? Ich mach hier ein neues Spiel. Wie bei COD 1 auch, ne? Soldat. Nicht zu einfach halt. Die Sendung wurde live untertitelt. September 7, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I like it in a toll. I like it. 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 Soundtechnisch klingt das ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Kann man das bei Spielen mittlerweile auch schon machen, mit dieser elendigen Kompassion, to the fuck, oder was? Das wird mir später in Outer City auffallen. Ich bin gespannt, wann der kann ja glaube ich nicht mehr selber speichern, sondern es geht nur noch automatisch. Ich habe so den Eindruck, irgendwie müsste es mir krachen, aber na gut. Kontrollpunkt erreicht, okay. Keine weitere Besatzung, wir haben den Schaffen! Wir brauchen so farb, Gecko! Woher man die jetzt herkommt? Gleich bin ich kaputt. Das war klar. Ah, circa 10 Minuten noch, okay. Ja, komm, machen wir. Wer schmeißt die denn wie dorthin? Das MG ausschalten! Ich hab keinen freien Schuss weg! Dann schießt sie! Verdammte heute! Hätte ich ehrlich besser in Erinnerung, aber na gut. Wir dürfen keine weitere Versatzung dorthin schaffen! Das kommt dann vielleicht noch. Ich lauf jetzt hier mal runter. So. So. Nicht Republicen! Noen, Spälte! vara in mir! Pf Dyke? Ja! vara in mir! Geh, kann ich so zurückschmeißen, ok? Ok. Ja, so, dann. Und mal zurücklaufen. Das ist doch wirklich. Ist halt schon etwas linearer, wie halt modernere, neuere Spiele halt alles so sind, ne? Aber halt noch gut gemacht, wie ich finde. Und wie häng ich da fest? Was zur Hölle ist das? Überprüfen Sie das. Voll unheimlich. Ein verdammter Tempel oder so? Scheiße! Scheiße! Da kommen Sie! Nicht nachgeben! Kamera kommt da! Banzer! 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 Alles klar! clearly! Soviele erstmal vorab zu CoD, WAW! und Bis denn! No?